hallo leute herzlich willkommen bei stundu gaming ich frage mich warum ich den rang 3 schon habe naja egal wir haben es war weiter wir spielen heute den wort am simulator irgendwie so heißt das auch bei mir ein bisschen leider hier das war laut jetzt soll ich irgendwie diese pfeile folgen machen wir das doch mal 150 mädchen was das hier so die ganze zeit rum legt es geht einfach gesagt haustiere zack so perfekt rangbelohnung bereit ok aber wo kann man jetzt hier wo ist denn der shop ist das der shop oder wat nee index macht doch mal ohne rum zu lenken sammle waffen gewöhnlich normal waffen im sohn grassamt gefunden muss man die suchen oder rat ist doch behindert das kostet wahrscheinlich nicht die ganze idee hauen so musste kurz ein kurzen karte machen wir machen jetzt aber ich verstehe nicht was mit diesem geld machen soll spielzeit belohnungen dauert noch 43 sekunden tägliche belohnungen drehen aber alle zehn stunden mit drehen die prozent kann man das waffen im sohn grassamt der da bin ich ja aber wo kann man die denn finden so die suche oder was verstehe ich nicht ganz gut waffen waffen möchte ich zu füllen nein das ist so wir gehen mit einem schlag sind zu dauern neue waffe ist die beste die ich habe okay also ich habe anscheinend die beste schon die es hier gibt ich frage mich immer noch was man mit diesem geld machen kann was kann man mit dem waffen machen er nicht mit den waffen also ich meinte so ich habe jetzt fast alle waffen index gucken wir mal kurz im index also diese waffe habe ich diese waffe diese habe ich mir fehlen noch vier aha hier sind ja auch noch andere die treffin jetzt man jetzt in dem geld kann man ja ich weiß wohl dass man damit halt dings kaufen kann gruppenbelohnung ich bin extra vorher noch in diese gruppe reinge dann okay wir holen uns mal ein neues ein neues ding austier genau ich öffne mal drei eier oder auch so eichhäumchen nein 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 auch nervt mich nicht nein ich will es nicht kaufen warum wird mir das denn die ganze zeit angezeigt kann ich halt nur 1 warum kriege ich den ganze zeit nur dieses scheiß eiche und hier gibt es schon drei kann man ich will jetzt ausgewählt man hier auf einmal selten ja man kann dann schätzt ob wir alle das vier von vier ausgerüstet ich will aber noch so ein scheiß bis links so okay noch eins öffnen schön das halb schon jetzt gib mir doch mal das beste alter immer noch dieses scheiß eichhäumchen jetzt macht doch jetzt ich hasse das ich treffe die nie höhe selber habe ich denn schon so viel geld einfach fast 100k die beste ist immer auch der kinder öffnen wir doch mal eine 15 k ein vogel naja wie viel macht der vogel natürlich 10 zack rein damit wer wie viel macht der bär 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 7,5 das heißt ich habe gerade einfach das beste glaube ich gerade gefallen das dann bekommt ihr auch nur den genannte Zeit dieses scheiß bär weg bär so weg mit dem weg mit dem weg mit dem zack löschel so wo kommst du denn hier scheiß eichhörnchen mit dir. Okay, wir gucken nochmal weiter. Wieder nur ein Bär. So. Neuer Rang ist jetzt 8. Ach, ich kann hier schon durch, glaube ich. Okay, dazu bräuchte ich 180k. Kannst du jetzt singen? Dingsbums leicht singen. Jetzt bin ich hier. Oh, 200k habe ich jetzt schon. Okay. Also hier sind die Eier. Drei Millionen für ein Ei. Ah, alles klar. Jetzt trifft er den Schuh gar nicht. Was sind eigentlich diese Diamanten? Die können ja eigentlich die ganze Zeit stehen bleiben. Ich werde die despawnen ja immer. Ich habe gleich eine Million. Schlanke Machete erhalten. 500. Ah ja. Beste ausrüsten. Schlanke Machete. Ich stelle immer nur darauf und dann gucke ich. Ach, drei Millionen kostet die. 1,5 Schaden machen. Ich will aber erst mal dieses Ei holen. Wenigstens ein Ei hier voll, wenn ich ihn geholte. Ein Wildschwein. Und das ist ein Wildschwein. Perfekt einfach. Wie viele, wie viele Dings hat das? 30. Jetzt habe ich ihn hier geschickt. Zack. Löschen. Weg mit dir. So, jetzt habe ich alles. Zack. ich mache eine millione mit einem stadt boah 800 2,4 schaden macht schlanke maräte ja ganz klar sind die hier die stärksten 25 millionen für die wüste das sollte ich ja schnell hinbekommen ich habe einfach vier neue waffen schon dann gehen wir mal in die wüste wie teuer ist hier eine billiarden ich kann mir ein wüstenei hä hier steht kein wüstenei ach so nur dann let's go ok leute ich würde sagen mit diesem letzten haustier hier was einfach 80 dings hat was das mit diesem video wenn es euch gefallen hat lasst mal ein like da und wir sehen uns im nächsten video wieder haut rein Leute euer Sano ciao 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 ciao